Neben mir sitzt Armin Groß, Armin Großes Hotelier vom Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang. Und früher, wenn ich irgendwo ins Allgäuer kam, zum Essen, gab es Käsespatzen, ganz klar. Kann man sagen, vegan, nee, vegetarisch. Aber wie sieht es aus mit veganer Küche? Also es wird immer mehr nachgefragt, die typische Allgäuer Küche muss sich da etwas anpassen darauf. Wie reagiert euer Küchenchef auf solche Forderungen? Ich hoffe kreativ. Ja, natürlich ist es angehalten, sich zu überlegen, beziehungsweise macht er auch selber, wie man diesem Trend begegnen kann. Das ist ein Gastbedürfnis. Merkst du diesen Trend eben zu vegetarischer, veganer Küche? Eindeutig, ja. Ja, ja. Also es sind ja, ich weiß nicht wie viel Prozent der Bevölkerung Veganer sind, die Nachfrage danach ist wesentlich höher als das. Weil es hat was mit Gesundheitsbewusstsein zu tun und eben auch, man möchte die Möglichkeit haben, das ist so ähnlich wie im Fitnessstudio im Hotel, das ich nicht benutze. Aber auf jeden Fall möchte ich auf der Karte auch die Möglichkeit haben, fleischlos zu leben. Also heute, wir haben es gegessen, einwandfrei. Küchenchef Lob an die Küche hat einwandfrei geklappt und es war nahrhaft und schmackhaft. Nein, es war wirklich gut. Aber es ist halt ein Gericht. Ja. Die Fleischgerichte sind deutlich mehr. Ja. Kommt mehr auf Dauer? Wahrscheinlich. Würde ich sagen, ja. Also wir haben angefangen mit unserer Karte, da war dann Käsespatzen als einziges vegetarisches Gericht drauf. Und dann eben, wie sie wollen vegetarisch, dann nehmen wir einfach den Fleischgang und lassen das Fleisch weg. Dann ist das auch vegetarisch. Und wir haben jetzt ungefähr sechs Gerichte, die vegetarisch sind. Und beziehungsweise eins davon ist eben ein veganes Gericht. Aber das ist eine relativ junge Entwicklung und da haben wir noch auch alle Entwicklungspotenzial. Also geht ja dann nicht nur beim Abendessen oder beim Mittagessen, sondern ist ja im Grunde beim Frühstück ja auch das Problem. Genau. Obwohl es beim Frühstück ist, ist es ein bisschen leichter. Also wir haben eigentlich immer Sojamilch im Haus und wir haben eben die Cerealien. Ich glaube, ein Veganer kommt beim Frühstück relativ gut zurecht. Vor allem, er muss es halt sagen, dass er das Bedürfnis hat, dann löst sich schon viel. Weil sonst stelle ich sehr viele Produkte hin, die dann letztlich nicht gegessen werden, was auch nicht sinnvoll ist. Also was ja kein Problem wäre, ist, wenn ich bei euch buche, dass ich halt einfach bei der Buchung Bescheid sage, oder? Ja, das ist ganz wichtig. Aber das geht generell bei allen... Das geht in Laktose-Intolerant. Genau. Oder glutenfrei. Oder ich esse kein Schweinfleisch. Wenn das dazu gesagt wird, dann kann man sich eben anders darauf einstellen. Also ganz klarer Trend im Tourismus. Ganz klarer Trend auch bei euch. Klarer Trend auch noch im Allgäu. Und ich bin mal gespannt, was es dann als nächstes zu essen gibt. Also ein bisschen bleiben wir... Also vegan ist nicht die Allgäuer Lieblingsküche, weil das für unsere Landschaftspflege sind die Kühe und deren Produkte eben nicht unwichtig. Und deswegen hoffe ich, dass es nach wie vor Milch- und Fleischprodukte geben wird im Allgäu. Ja, ich glaube, es heißt ja nicht Essen oder Ode, sondern sowohl als auch. Das ist wie immer. Ich meine, die Allgäuer sind ja tolerant. Sie sind ja tolerant, ja. Und damit dürfte es auch solche Sachen einwandfrei zu essen geben. Ja. Gut, also sonst ist gut. Jetzt habe ich Hunger. Danke, mal. Danke, tschüss. Danke, tschüss.